Pult mich hier raus. Los. Da haben wir dich ja alle drin. Ich hatte der Pult mit 0 HP. Jetzt stirbst du. Jetzt stirbst du. Das haben sie geschmissen. Bleib beim Turm. Treckhill. Oh je. Ey die Hälfte ist halt auch schon wieder nicht beim Fight dabei. Oh die Tachi Farm das macht sie gut. Macht sie immer. Ja auch die Queen war nicht dabei. Doch hier. War die nicht da? Nee die hat... Ach du Scheiße. Oh so eine Regen wär immer geil. Oh jetzt haben sie mich gesehen. Jetzt haben sie mich gesehen. Jetzt muss ich mich hier verpissen. Wie oft kann er das machen? In welchem Abstand? Zu Ulti weiß ich nicht wie lange die hält. Ich komm. Du musst es vorher in die Base schaffen. Jaja aber du brauchst keine Angst, das schaffst du. Ich glaube 60 Sekunden oder sogar mehr. Das ist richtig. Aaaaah. Fuck. Der ist voll dazugekommen. Wir kommen jetzt auch top. We running Sascha. We running. Bleib einfach Investor. Komm aus dem Hinterhalt. Oh die sind zu dritt da. Ja jetzt auf. Jetzt hinten rein. Drauf geht's. Oh mich gestunt Idiot. Keine Scheiß. Einer war ein Track Kill. Der andere der war ein Track Kill. Einer auch cool da. Egal. Egal. Der war tot. Alle drei oder? Nehmen wir zwei. Er ist zwei. Einer ist irgendwo. Keine Ahnung. Sven ist nur abgehauen. Äh Mana. Brauch einer Mana. Jo kommt. Jo kommt. Jo kommt. Los jetzt Jo. Komm. Ja ich bin mit dabei. Oh ich muss nur aufpassen. Ja die ist investiert. Achtung. Er ist schon Shadowblade man. Also was heißt das. Das kaufen. Ja. Ich hab's auf meiner Liste. Ich muss jetzt eh mal ganz zurück. Weil ich bin low. Da ist sie wieder. Ja oder schon. Ja aber du bist jetzt nicht da. Zum Tower. Ne ich würd nicht an Turmkämpfer. Kannste aber mal tracken. Dann kannste nicht abnehmen. Mach ich. Sobald die mal wieder hochkommt. Ich will nicht zum Turm reinlaufen. Ja ja klar. Oh man. Das ist Queen. Gamer Bot. Sehr schön. Telepathie. Ja. Sag doch es funktioniert. Sehr gut. Ich übe es immer vom Spiegel. Spiegeltraining hat sich ausgezahlt. Weil die sind 3 zu 3 sind beim Tower gell. Also. Lass uns am Tower gehen. Eiii. Das macht Nikin. Go. Yes. Gucken ob ich sie tracken kann. Da steht was auch gell. Nein die sind hier. Okay die sehen mich. Kommt mal hier Tower führte verteidigung. Ich verteidigung. Ich habe den Kurier getötet. Ich habe den Kurier getötet. Sehr schön. Gibt es für alle Gold. Trotzdem. Ich spreche mal kurz Kurier ab. Dann kann ich nämlich zu hoch hoch kommen. Wenn ich das TP habe. Ich glaube ich bin schon entgegen. Ich habe auch das dabei. Taschi drückst du nochmal auf Kurier? Sehr schön. Sascha. Sascha. Guck mal ob da irgendwo einer rumgammelt. Ne. Ok. Hab sie getrackt. Gut. Ja aber jetzt kommt so lange die getrackt ist bleibt sie die ganze Zeit am Turm stehen. Wollen wir wetten? Ja die bleibt doch so am Turm stehen. Da ist. Da ist Lunas gekommen. Was Luna? Ja. Hallo Luna. Marcelina. Ja ist mir doch ganz egal. Da. Vengeful. Oh wieso Vengeful. Vengeful. Ich komme hoch. Oh ja. Los. Passt auf wegen Trollranger. Da getrackt. Da getrackt. Gut gedacht. Pullt mich raus. Lina, 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 Lina. Nein. Ich habe es leider nicht gekriegt. Einsperren Dinge. Ja wir haben nur eingeschränkt. Ok Heiko renn einfach zurück. Ren doch zurück oder? Wenn nötig zur Base. Ach kacke man. Warum war die Troll denn nicht eingesperrt? Dann wäre sie tot gewesen in Double Team. Ach. Die Queen ist direkt reingerannt und hat von beiden direkt die Schellen bekommen. Wie es zuerst gefallen hat und ist noch nichts passiert gewesen. Hm. Ich muss gerne das kaufen. Ziemlich scheiße. Ziemlich. Ach das ist noch nicht gegessen. Ich pushe die Mitte mal zurück und kann dann wieder hoch. Ich bin am Turm. Ich bin am Turm. Ich bin am Turm. Okay ich komme direkt hoch. Ist ja sonst viel zu quank. Quank. Ich bin am Turm. Ja was denn? Was wollt ihr hier? Zack habt ihr eurem Scheiß-Taport. Lauft nicht raus. Bleibt im Turm. Queen. Stay. At. Tower. Mauer. 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 Lass nicht kriegen. War allgemein gemeint. Sind wir denn alle mal hier mittlerweile? Ja. Ich lasse sie pushen und dann machen wir das. Ich hab da so eine Mauer eingestellt. Lass doch den Esel auf. Geht nicht raus. Geht nicht raus. Ich hab Tor getränkt. Nee, getränkt wohl. Oder beide. Nein, ich hab beide. Zieht mal die Krieg ein bisschen zurück, damit sie bis zum Turm rennen. So, jetzt können wir Go machen. Los. Da haben wir ja alle drin. Damn. So, so geht das nämlich hier. Fress den Scheiß, Mann. Ciao, ciao, ciao. Ciao, greift an, greift an. Ist getrackt. Weiter, 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 weiterlaufen. Die kommt, die kommt raus. Aber weiterlaufen. Ich hab nicht mehr so viel Energie. Du musst Creeps töten, das heilt nicht. Ja, die sind am Turm. Hat hier Mathiel für mich? Drei Sekunden. Wo bist du? Da, okay. Danke. Jetzt den Turm pushen, oder? Das lief aber gut. Und das hat nur funktioniert, weil wir am Turm gewartet haben. Du brauchst den Teamfight. War gut. Einer davon war, glaub ich, auch Track. Jetzt hab ich auch Track Level 2. Jetzt können wir probieren, hier ein bisschen drück zu machen. Aber die werden bestimmt gleich TPS reinkommen. Oder wir kriegen den Turm. Ah, das schaffen die nicht mehr. Ach, das schaffen die nicht mehr. Ach, das schaffen die nicht. Ach, das schaffen die nicht. Die machen das nicht. Okay. Sind weg. Drücken. Was war das? Heiko ist weggelaufen. Panic! Fast movement. Fast movement. Fast movement. Fast movement. Aber unser Tower ist auch gefallen, gell? Ja, irgendwie schon. Ja, ja, der oben ist auch gefallen. Im Teamfight. Warum? Weil Schau-Engine gefokust hat. Weil Schau-Engine gefokust hat. Kann man das mal erklären, wie ein Katapult mit 0 HP noch leben kann. Ja, Alice hat wirklich 0 angezeigt. Was ist hinter dir? Ach. Warum? Warum? Why? Ach, das ist ärgerlich, ey. Die kommen in der Mitte wieder. Warda? Ja, hier. Zehn Sekunden. Lass mich mal mal zeigen mit dem. Oh, was macht die denn? Oh, was macht die denn? Achtung. Ich versteck mich. Oh je, jetzt muss ich weg. Weil jetzt haben sie mich gesehen. Und ich auch, ne? Egal, ist wieder weg. Okay. Da hab ich jetzt natürlich nicht gewartet, bis ich bei dir bin. Entschuldigung. Okay. Dabei krieg ich auch noch mal den Esel, ne? Nein. Immer. Never. Tuck nochmal. Ey. Ja, wie oft denn noch jetzt? Das vierte Mal jetzt. Ich hab nur noch was in der Basis noch reingelegt. Ich hab gebrochen, hab aber gesagt. Nee, du hast auch schon das zweite Mal abgeworfen bei mir gehabt. Gar nicht. Nee, oder? Wir haben Roshan gemacht, ich schweige. Natürlich. This fire will never go out. Rolling thunder. Ich geh in die Base. Ich geh in die Base. Warum gehst du denn jetzt in die Base? Oder bist du halbtot? Ich hab 50% von beide, meine Bordel ist leer. Eingesperrt. Eingesperrt. Sehr gut, und ist getrackt. Ach, die haben gekriegt. Verpiss dich. Müssen du auch endlich mal töten. Ja, aber die zeigt sich ja nicht, die macht das schon schlau. Bleib doch mal schön. Oh Mann ey. Ich mach wahrscheinlich gleich Hilfe in der Mitte, ne? Ja. Ich bin irgendwie dummerweise wieder tot gewesen. Aber egal, ich bin gleich da. Krebs kommt mit mir mit, kommt mit mir mit. Geht alle weg, geht alle. Ach, jetzt sind die Idioten Krebs da gekommen. Kann ich dich machen, ich kann nix machen. Nein, das war als ranger, soll ich auch machen. Keine Ahnung, Mann. Denai noch mal mit. Ich war auch mit, aber ich glaub... Ja, okay. Heiko, hätt schon mal mit denai'n können. Ja, genau. Wenn ich da vorgerannt hätte, mich gefokust, Mann. Gar nicht, die waren... Die wollten nur den Turm. Klar. Die waren geil drauf. Wo sind die denn jetzt? Such mal. Ich glaub, wir haben in der letzten Zeit so oft gewonnen, deswegen müssen wir immer wieder verlieren. Hust, hust. Ich hab nie oft gewonnen. Wo verlieren wir denn hier? Ja, Drow ist schon ziemlich stark. Und Drow alleine kann überhaupt nichts machen. Kannst du stunnen oder so? Okay, ich bin zu zweit. Geh mal weg, geh mal weg, sind zwei. Ja, aber wir sind doch alle starke, sind das gewinnen? Ja, Alter, eben waren wir aber auch nur zu zweit. Kann ich wissen, dass ihr alle da kommt. Sind die weg? Hier oben können wir holen. Mit... Los... Los... Ja, kommt uns auch entgegen. Ja, das ist schon weg. Wer sieht uns doch vorher? Wieso? Weil er nicht runtergucken kann. Ich bin nicht hoch. Ja, ich hab eh keinen Stun. Ja, aber doch, natürlich ist der Stun. Ach so, ja, doch, ja, aber da muss ich ran sein. Ja, mit W ran springen und dann Q drücken. Rampen, mein Gott. Es ist voll von Sternen. Das ist wegen meiner Töten. Strider Rampen! Die kommen oben zu zweit. Er kommt, er holen wir zu zweit. Er kommt, er holen wir zu zweit. Wart doch hier, der wartet doch hier. So, bis sie jetzt da vorbei sind, so jetzt drauf. Los. So, die haben wir schön erwischt. Der kriegt auch noch einen Silence. Los, weiter, weiter, weiter. Hm. Ah, ich konnte hier nicht mehr entsprechen. Unten, unten. Wer ist unten, was ist unten? Was ist unten? Vaintful ist unten noch gewesen. Hier. Kannst du mir ja nach hier gehen? Ja, ich wollte eigentlich auf dich. Ist aber durchgelaufen. Fehlt er mich? Du hast volles HP gehabt, Mann. Ja. 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 Ja, Vaintful wartet schon. Ne, Lina. Luna ist es? Ja, guck mal. Ich bin Luna. Oh, Queen! Peace! Fliege von Fuß. Ich bin wieder gestorben. Ich bin wieder gestorben. Bis dahin komme ich gar nicht dahin. Ich habe keinen TP. Ich habe natürlich auch keinen Dust. Komm jetzt! Hat jemand Mana? Nein. Kein Mana ist schlecht. Ah, ist schon weg. Jetzt schon verpisst, Ranger. Komm, lass dann Endfits machen. Wie wäre es mit Watts und Dust und den ganzen Scheiß? Ne, ich kaufe mir gerade wieder Dust. Kommt gerade geflogen. Rampant! 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 bat- peacefulind Feld. Im Slowen. Da. Nimmst du? Ja, ich nehme es bestimmt nicht. Ne, der Sefer soll es nehmen. Das find, das find. Au, aaaaah. Das! Oh, ich krieg sie nie. TP zurück und... Ulti rein. Jetzt stirbst du. Jetzt stirbst du! Jaa! Sehr gut! Und wer kriegt den fucking kill, du scheiß clean, Mann. Ist egal, ist egal, ist egal. Na und? Tod ist tot. Ja, Mann. Tod ist tot. Äh, ich geh mal zurück. Ganz zurück. Einer war getrackt. Da ist Dings noch unten. Geh mal wieder rein. Komm, du hast Double Damage. Ich geh doch gerade rein. Guck, guck, guck. Äh, die Creeps sind schon an unserer Base. Dann sollten wir mal den mittleren Tower holen. Ja, ohne Creeps kannst du's vergessen. Da war auch wieder einer in der Mitte. Ja? Ich versteck mich hier. Ja, die haben jetzt eh Angst. Die warten, bis der Stro wieder kommt.